Das ist eine neue Folter, Adventskalender 2022, Türchen Nummer 19. Ja, Türchen Nummer 19, wir gucken mal, und ich habe ja gestern schon dem Luca versprochen, dass er das jetzt hier zusammenbauen darf. Ich rutsche mal ein bisschen zur Seite, oder kriegen wir das so hin? Erstmal eine andere Frage. Hast du denn dein Werkzeug rausgeholt? Ja, natürlich. Ich fasse es wieder nicht. Der sagt ja natürlich und greift dann an die Schublade, um die kleine Mini-Zange rauszuholen. Die kleine Frechdachs. So, also er hat sie. Was haben wir denn heute hier? Also so wie ich das sehe, sind das zwei Reifen, und zwar die Hinterräder. Aber die können wir noch nicht montieren, weil die erst morgen drankommt, zum Montieren. Aber wir können die soweit schon zusammenstecken. Also, würde ich sagen, langsam, langsam. So, du kannst hier noch nicht zusammenstecken, weil du musst ja erst was machen, ne? Ja, und in der Zwischenzeit ist es halt so, ihr seht, ich habe da hinten an meiner Wand schon ein bisschen weitergemacht. Und was umgehangen, noch was hinzugedruckt und ganz, ganz viel noch nebenbei. Okay, aktuell mache ich noch einen Stern fertig. Ich kann ja, ihr wisst, worum es geht, deswegen, ich kann euch gerade nicht so viel sagen, aber das machen wir. Und der Kurze wollte ein Pikachu haben, den sind wir am drucken. Ja, den kriegt er jetzt auch. Außer der Dedeba da put. Ja, der Papa hat jetzt mal ein bisschen langsamer eingestellt. Und jetzt schauen wir mal, ob der was wird. Aber ich glaube, der wird auf jeden Fall was. So, hast du? Dann setz die mal zusammen. Komm mal hier hoch. Zeig sie. Ja, zeig, zeig dir das jetzt mal, was wir überhaupt haben. Also, wir haben jetzt, zeigen. Guck mal. Also, wir haben einmal das Gummi, ne? Zeig mal. Und einmal die Felge zweimal. Und jetzt muss der Luca die zusammenstecken. Das wird schwierig, oder? Das wird für mich nicht. Für dich aber. Ne, ich mache das ja nicht. Du machst das heute. Ich mache ja heute gar nichts. Heute darf ich mal die blöden Grimassen ziehen. Hallo. Hallo. Ja, das ist der Dede. Konzentrier dich mal. Ja. Und es wird dann wieder so eine Endlosfolge von 35 Minuten oder so. 35 Minuten? Ja, du willst ja immer zack 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 machen. Jetzt, mach mal. Ja. Quasi, kann ich das hier? Na, lass mal kontrollieren, ob das denn richtig ist hier. Ah, das sieht doch ganz gut aus. Außer der da. Dankeschön, Nico. Spaß, wenn wir haben. Auf jeden Fall bei der Aufnahme hier für den Adventskalender. Ja, genau. Spaß, dir frei. Genau. Hä, der reicht schon. Wie? Nico, bist du auch wieder aktuell am Drucken, oder wie sieht's aus? Ja. Weiß man nicht. Super. 40. So, gucken wir uns den mal an. Na, das sieht doch sehr gut aus. Guck mal den an. Genau. Wir haben... Ihr wisst ja, wir sind so ein bisschen Weihnachtssachen am Drucken, ne? Wie gesagt, diesen Stern. Und einen kleinen Mini-Schneemann haben wir heute gedruckt. Für Mama. In 17 Minuten. Für Mama. Genau. Ja, meine Lieben. So, das war's schon wieder von der Folge. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Es gibt noch eine Kleinigkeit, und die erzählt euch tatsächlich dann jetzt der Luca. Und zwar in 3, 2, 1, los! Abonnieren! Titti-Totte! Hättet ihr noch keine Videos mehr verpassen! So sieht's aus. So sieht's aus. Das heißt, wir wünschen euch noch eine schöne Weihnachtswoche bis zu Heiligabend. Es ist ja nicht mehr lange. Ha, und wir hören uns bis dahin jetzt noch genau 5... 5... 5 Mal! Euer Kolke. Euer Mutter. Und euer Luca. Genauso sieht's aus. Haut herein! Tschüss! 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 Tschüss!